Hallo liebe Freunde, ich bin PixelplayerJack und willkommen zurück zu Link Between Worlds. Ja, wir wollten ja jetzt auf jeden Fall in Richtung des Wüsten Dungeons gehen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück und finde ich wieder Master-Erz, um unser Schwert zu verbessern. Sondern mal ein... Oh nein, 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 nein. Da wäre ich schon fast wieder drauf reingefallen. Mieser Bombenwerber. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Dann kriegen wir nämlich auch bald mal unsere Mai-Mais. Dann müssen wir noch unsere Bomben-Tour dann machen. So, dann kommen wir wieder rein. Und wir sind wieder in Kakariko. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Da hatten wir alles, oder? Nee, konnten wir ja nicht. Doch. Alles klar. Ich habe noch an Feuer gedacht, wo wir noch nicht konnten und dass wir dann auch nicht wieder da drinnen gewesen sind. So, die Steine können wir angeheben. Sind wir... Wir sind da runtergesprungen, oder? Ich überprüfe es lieber nochmal. Ich habe so ein Fauxpas ja schon mal gehabt. Und nachher vergessen wir irgendwas. Also, überprüft. Alles in Ordnung. Okay. Dann schlage ich vor. Wir gucken mal eben ganz kurz auf die Mai-Mai-Karte. Vier Stück noch hier. Vier Stück im Bereich Kakariko. Hat gerade gequiekt. Da nicht. Da ist es. Komm her, dann suchen wir mal eben Kakariko ab. Ist ja gar kein Problem. Ich glaube, das auf dem Dach hatten wir, oder? Ich schaue lieber nochmal. Klopp. Ja, das hatten wir. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Genau. Hier, warte mal. Wir brauchen den Sandstab. Ist er? Da ist er. Wir brauchen den Sandstab, sonst können wir nämlich da den Sand nicht anheben. Also einmal eben hier durchs Häuschen durch. Hallo. Tschüss. So. Sand mal eben anheben. Buff. Na du. Und. Meck, 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 meck. Zwei übrig. Und... Dann schauen wir nochmal wieder weiter. Wo denn noch? Wo denn noch? Oh, Alubile. Ja, ich weiß. Ich hatte schon gesagt, wir wollten mal wieder zum Sumsenmann. Aber. Oh, Bombe. Um zum Sumsenmann zu kommen, benötigen wir, ähm, wieder eine leere Flasche. Und ich wollte die jetzt einfach noch nicht leer machen. Das ist alles. So, was ist hier? Loopy. Ja, den Herzen kaufen wir von dir nicht. Du, 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 du. Ne. Hm. Zwei Stück noch im Bereich von Kakaweko. Hm. Ah, nee, warte mal. Hier unten können auch noch welche sein. Ich höre dich schon. Pats. Ja, toll. Flieg da rein. Komm schon. Komm schon. Yeah. Meck, 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 meck. Das haben wir. Ah, warte mal. Da gab es, glaube ich, noch eine Sache, die ich mit dem Sandstab machen wollte. Oder auch nicht. Hier brauchen wir auf jeden Fall den... den dafür. Hatten wir das Mai-Mai hier? Weiß ich gerade nicht. So, Turborubinenjagd haben wir. Oh ja, finden wir schön. So. Dann lass uns hier einfach mal eben nach dem Mai-Mai suchen. Dort. Oh Gott. So. Nichts. Auch nichts. So. Da ist das Mai-Mai. So, ein bisschen Rupees einsammeln. Dann haben wir das glaube ich auch noch nicht gemacht oder Ja, wir haben dich gerade angesprochen 2,6 Sekunden zu viel Was? Du hast dich etwas übernommen Die Rubine muss ich dir wieder abwecken Was? Komm mal wieder vorbei Du Miese Stimmt mit dir nicht Tempojagd teilnehmen Ja, wollen wir machen Weil ich glaube, hier gibt es nämlich auch noch ein Herzteil Das machen wir auf jeden Fall Oh ja, so Aber wir müssen gucken, dass wir bei ca. 29 Sekunden wieder zurückkommen So Also, da schauen wir doch mal eben Und Warte, 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 warte So Start Zwacken kommt da mit raus Das ist ja auch super Hier nochmal eben War es nur ein, Ruby So So Angesprochen So So Ich das Ergebnis verkünden Oh Rest hat drei Sekunden Das ist ja aber sehr beeindruckt Beim nächsten Mal Ruhig, etwas mutiger Oh Ein neuer Rekord Komm mal wieder vorbei Ja Hm Die Zeit habe ich falsch gestoppt So wie es aussieht Oh ja Machen wir nochmal Gar kein Problem So 30 Sekunden So Und angesprochen Ja Yeah 1,23 Sekunden Zu früh Das müsste es sein Knapp Du hast die Zeit gut abgeschätzt Nicht schlecht Dafür bekommst du ein kleines bisschen extra Super Oh, ein neuer Rekord Rekord, Rekord So viel hast du zum Zum ersten Mal geschafft Dafür bekommst du ein Herzteil Yep Dankeschön Und wir haben ein weiteres Herzteil Komm wieder vorbei, ja Ich bin immer hier Sehr schön Herzteil Mai Mai Was wollen wir mehr So Hier einmal Ja Was wir mehr wollen In die Wüste Hab ich gesagt Ab in die Wüste Oben drauf Oh Warte mal Ein Spalt Tisch So Jetzt sind wir hier oben drauf Okay Dann gehen wir hier drum Äh Jo Komm her du Meck 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 Und Hier nochmal rein Und dann sind wir hier Ja Na klar Wo außer unter dem großen Stein Sollte es sein Das weiß ich nicht Oh hier Hütchen Da müssen wir mit runterfliegen Damit wir die 100 Wubbies bekommen Das machen wir doch mal So Komm her Nein da Oh fies Das war gemein Komm her du Das Hühnchen ist unten So Nein Nein Wie gemein Vielleicht können wir es auch einfach abwerfen Wenn wir auf der richtigen Höhe sind So Alles klar Fall lassen Blöd Ciao So ein Mist Wir haben nicht mehr viele Hütchen Das ist sozusagen das letzte So Gehen wir mal hier raus Äh Okay Das wäre noch am besten Von dieser Seite aus Mit dem Hühnchen runter sprengen Komm her du So Ziemlich mittig So Och Mann Du fieses Hühnchen So Vielleicht können wir das von dieser Seite hier aus besser abpassen Oh Nein nein Och komm Das ist so gemein So Hey Chicken Wir wollen da nochmal runter So Jetzt machen wir das von dieser Wand hier Was Achso Das war direkt zu tief Wir müssen durch diesen Windpass durch Und dann hier rüber Das Schiebung Auch neue Hühnchen Wie gemein Ich will die 100 Rupies haben Das war jetzt aber Komm schon Jetzt aber rüber Nein Drunter durch Ey Ich glaub's ja nicht Ah Warte mal Warte mal Warte mal Jawoll 100 Rupies Sehr schön Oh Gott Ja ist in Ordnung Mehr wollten wir gar nicht Wir zwacken und sowas lassen wir dort Das ist egal Dafür hat sich der Aufwand gelohnt Unsere 100 Rupies zu bekommen Jetzt Warte mal Achso Nee Das war Nur dort Jetzt gehen wir mal hier oben rüber Ich weiß ja nicht ob uns das was bringt Hm Naja Wenigstens sind wir da Vielleicht kommt so Oh Oh Da wären wir da oben an die Kiste gekommen Oh warte mal Das können wir auch von dieser Seite aus probieren So Und rum Plupp Yeah Nochmal 100 Rupies Sehr schön Ich hab hier gerade was bequieken gehört Hm Oder was Das war hier So Da haben wir wieder ein Oh Mann Du Mieser Ratte Okay Wir müssen hier irgendwie einen Stein anheben Damit wir An die Rupies kommen So heil mich mal Dankeschön Diesmal hat sich der Aufwand auch gelohnt Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen Damit wir überhaupt erstmal in die Flüste kommen Dazu müssen wir einmal hier rein Ich glaub das war's auch schon mit dem Einfallen lassen Flo Oh Hi Jack Held von Hyrule Die Wüste ist ein Ort An dem Leben nur schwer bestehen kann Auch hier gibt es einen Tempel Einer der Waisen muss sich dort befinden Ich spüre Dass dieser Waisen eine gesunde Kraft hat In diesem Gebiet wirst du einen Gegenstand brauchen Mit dem du den Sand beeinflussen kannst Also mache dich ans Werk Jack Dies sind die Worte von Hilder von Hau Äh Woll So Äh Ich höre squeechen Wo 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 Zu weit gelaufen Ja 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 Genau So Vermutlich wieder unter dem Stand Was ist denn mit dir verkehrt Vogelmaskenträger Ach Werden die kleinen Vögelchen doch nur bei mir Aber sie haben sich alle zu Monstern verwandelt Deshalb will ich jetzt auch zum Monster werden Hab mir diese Maske aufgesetzt und singe Monster Ich hab versucht mich mit den Gelbflügigen Monstern hier in der Gegend Anzufreunden Aber sie spucken immer ihre Bomben auf mich Wenn sie hier rumkommen Hätte ich nur ein Schild Könnten wir uns vielleicht näher kommen Okay Ah okay Erzählt das gleiche Das ist in Ordnung Alles klar Können wir also ein Schild aufhören Hätte ich gedacht Weil das ist ja Explosionen sind Aber Ist in Ordnung Bin ich zufrieden mit So Erstmal hier den Wetterhand wecken Ein neuer Wetterhand wurde auf der Karte eingetragen Möchtest du das Spiel speiern? Nope Aber hier Das Mai Mai will ich haben Hallo Mai Mai Flup Mech 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 Zack 60 Stück haben wir bereits Gucken wir uns hier mal eben um Da oben ist ein Herz zu halten Das ist schon mal cool Gibt es hier irgendwas an der Wand Was uns aufhalten würde? Ja Kann man sagen nie Aber ja Ähm Ist doch ein weiter Weg So Gehen wir mal hier lang Hier geht es noch Ich höre es schon wieder klicken Wo denn? Guck den Hä? Ah Hallo Mai Mai Geh weg Geh weg Geh weg Komischer Wurm Immer eben lang schwimmen Da nochmal lang Oh da oben ist ein Ist wieder ein Spalt Den werden wir vermutlich auch nutzen müssen Denn Da ist auch noch ein Spalt Okay Hier ist auch noch ein Spalt Ja komm Nutzen wir mal Da oben ist ein Eingang Ja ja du Geier Alles cool Geh da mal locker So Ja da kommen wir so nicht hin Was wollt ihr denn? So Ich wäre ganz gerne zu dem Eingang gekommen Aber ich glaube Hä? Hier sieht schlecht aus Wollen wir von hier nicht dorthin? Ich höre schon wieder an Mai Mai Wo denn? Aha 62 schon Fehlen nicht mehr Biele Fehlen nicht mehr Biele So jetzt müssen wir uns hier mal umgucken Was auch lustig ist Zieht euch das rein Warte Damit haben wir nichts Nichts Da Ah Mist Hier jetzt Da Da rinnt er hier in Badehose rum Guck ihn euch an Komm zurück du Troll Das ist so super Rett er hier einfach mal in Badehose rum So Warte mal Warte mal Oho Oho Warte mal Bombe Ups Ah komm her Geier Geier Zack Haben wir wieder einen Spalt freigesetzt So weg mit dir Du mieser Geier 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 mal rein Und Oh herzfeil Zack Zack Haben wir wieder einen kompletten Herzcontainer Sehr sehr gut Okay Können wir von hier aus aus passieren Sieht nicht so aus Ne Hier nochmal rein So Wie machen wir noch hier weiter Also an den Spalt sind wir herangekommen War ja gar kein Problem So Ich glaube hier oben ist noch wieder einer Ja genau Ich höre dich Hallo Mai Mai Wo bist du? Da auch nicht Hm Auch nicht Auch nicht Auch nicht Wo ist das Mai Mai Ich hab's doch gehört Warte mal Vielleicht dort auf der anderen Seite Oder so Wer weiß So Dann lass uns erst mal schauen Wie wir hier hochkommen Hm Genau So Okay Okay Äh Hier Na Dort entlang So Jetzt könnten wir da an den Spalt ran Was wollt ihr denn alle? So Habt ihr es jetzt mal Gehen wir mal hier rein Blub Blub Und Blub 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 So Jetzt sind wir auf jeden Fall hier Und was können wir von hier aus? Boah du mieser So Komm her Kleines Schweinchen Boah du 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 Mieses Rattengesicht Was Willst du eigentlich? Kann man Dir das dumme Schild Nicht einfach kaputt hauen? Äh Das Jetzt reicht's mir aber Du Das ist doch nicht wahr So Platt Hast du davon Gammelschinken Kann er wohl nicht angehen So Jetzt können wir natürlich hier wieder mit dem Sandstab Brücken bauen Da ist er wieder ein Geier Natürlich trifft er Wieso auch nicht So Da einmal rüber Und dann hier eben Einmal längst Zack Und ich hab hier Meimai Da ist es Yeah Meimai 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 haben wir Und hier oben ist der Wetterhahn Wetterhahn wurde gefunden. Spiel speichern, klar. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise speichern wir nochmal hier. Speichern abgeschlossen. Dankeschön. Ja. Und auch wir schließen die Folge an dieser Stelle ab. Danke bis hierher fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Lead Between Worlds. Ciao. Outro